Oh mein Gott, Norbert, warum blickt hier bei Blue? Was passiert? Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zajag hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Norberts Welt. Ich bin auf dem Weg ins Lager, weil wir heute über einen Blutsauger reden, der 300 Zähne hat und das verteilt auf drei Kiefern. Und es bedarf einer Spezialbestellung. Da ist sie auch schon. Und jetzt gehen wir rüber zu Norbert. Norbert, hier ist deine Pinzette. Wenn du die überhaupt brauchst. Brauchst du die? Mit der Pinzette, da verletzte die empfindlichen Tiere. Ah, du hast schon drin. Also normalerweise kann man die natürlich mit der Pinzette greifen, aber wenn man die wirklich zu medizinischen Zwecken ansetzen sollte, und nimmt die mit der Pinzette und setzt sie drauf und man drückt mal ein bisschen zu viel, dann ist der Egel innerlich womöglich verletzt und wenn er ihn anbeißt, holt er nicht das Blut raus, sondern er erbricht quasi seine Eingeweide und das weiß ich nicht so wirklich, ob das jemand im Körper haben will. Äh, ich zumindest nicht. Deswegen Latexhandschuhe? Mit einem Latexhandschuh riecht er nicht das Blut, kann nicht ihn anfassen. Alles kein Problem. Sollte ich aber nicht zu lange machen, denn der hat ja nun mal so viele Zähne und drei Kiefer, der bohrt erstmal alles an, wo er sich vorstellen könnte, da könnte lecker sein. Und das probieren wir heute aber nicht. Ja, ich hatte gedacht, wir machen das beim Praktikanten mal ohne Handschuhe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich triggert's schon, dass wir das mal machen, dass wir uns so ein Blutegel mal auf die Hand setzen, weil scheinbar, du hast gerade gesagt, medizinische Zwecke, Therapie, Mittel, also was Schlimmes kann da ja nicht dran sein an so einem Blutegel. Ja, also ich würde so ein Blutegel jetzt rausnehmen und dir mal einen aufs Auge setzen, ich weiß also nicht, das mit Blut, habe ich schon oft gehört und so, aber ob der auch ein Auge aussaugen kann, das wäre mal ein Versuch, aber den würde ich nicht als Selbstversuch machen, dann nehme ich einen Praktikanten immer für. Okay. Praktikanten gibt's ja nun mal genug und gibt's nicht der Schaden. Ich bin schon unersetzbar, ne? Ja, du bist auf alle Fälle unersetzbar. Das war das Stichwort, ich setz mich mal. Ja, dann setzen wir uns mal hin. Wollst du dich jetzt mit mir über Blutegel unterhalten? Ich will mich auf jeden Fall mit dir über Blut... Dass du die nicht queren sollst mit der Pinzette, hatte ich dir schon gesagt. Hast mir erzählt. Mehr gibt's eigentlich zum Blutegel auch nicht zu erzählen. Wurst schon wieder verkackt. Also bitte nicht Blutegel mit der Pinzette. Also auch nochmal an die Zuschauer, dass das Aquarium gerade zwischen uns steht. Und wenn Blutegel satt ist, braucht er auch nur einmal im Jahr gefüttert werden. Womöglich war gerade die Fütterung. Also brauchen wir das jetzt auch nicht zeigen. Okay. Hast du sonst noch Wünsche? Ne, das war's. Ich hab heute sowieso keine Zeit, ist also schon 15 Uhr nachmittags. Ist eigentlich so meine Mittagsschlafenzeit. Ich müsste jetzt aufbrechen. Ich glaube, ich gehe dann. Hat mich gefreut. Wir sehen uns dann. Also, Maritude. Nein, natürlich nicht. Warum heißen die Blutegel? Ja, Blut ist ja ziemlich klar. Und Egel, also ich wusste das nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich hab also nachgeguckt. Das kommt von Esches und das heißt kleine Schlange. Ich glaube, aus dem Griechischen oder so, verstehe ich ja überhaupt nicht, dass die Deutschen da keinen Namen gefunden haben. Aber bitte. Ich würde mir den jetzt mal so nehmen, wo der ja scheinbar mich total lieb hat. Okay, das zweite Debüt mit Norbert Zajax. Das erste Debüt waren Skorpionen auf die Hand setzen, wo ich live dabei war. Ja. Und jetzt bin ich live dabei, wie Norbert Zajax sich einen Blutegel auf die Hand setzt. Ich bin sehr interessiert. Was wird passieren? Ich würde den Kameraden hier jetzt... Aber warte mal, hast du einen Erste-Hilfe-Kasten? Kamerad oder Kameradin, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Kann man das sehen? Ja, ein Blutegel ist ein Zwittertier. Da gibt es gar keine Männchen. Also können wir nicht Kamerad oder Kameradin sagen, sondern Kamerades, glaube ich, heißt das dann. Kameradie. Kameradie. Man weiß es nicht. Nee, die Kamera hast du ja in der Hand. Also ich würde mir den jetzt mal aufs Knie setzen. Ja, warte mal. Ich wollte gerade Erste-Hilfe-Kasten oder so. Hast du sowas? Was ist dein Erste-Hilfe-Kasten? Ich gehe jetzt einen holen. Ich gehe auf jeden Fall einen holen. Das geht auf jeden Fall schief. Ja, aber das können wir ja später, weil der saugt ja eine Stunde Blut und so lange ist die Sendung nicht. Ihr seht sowieso nicht das bittere Ende. Ich glaube, der menschliche Körper hat acht Liter Blut. Der passt da nicht in die paar Egel rein. Da hätten wir doch mehr bestellen müssen. Wie viel saugt ein Egel? Hm, so zehn Milliliter. Zehn. Zehn. Vielleicht ein guter 15, ein superguter 20. Können wir einige ansetzen. Ja. So, Norbert, Erste-Hilfe-Koffer habe ich schon mal. Ja. Für Safety, aber ich dachte mir, das reicht schon nicht. Ich habe auch den Defi geholt. Ja, ich glaube, der Defi ist ganz wichtig, nicht für mich. Oder vielleicht doch, wenn du noch mehr hier ranschleppst, da krieg ich gleich ein Herzschild schon. Ja, deswegen, ja. Super. Ich weiß zwar überhaupt nicht, wie man das Ding bedient. Aber dann nicht wie... Ich kann nur Sachen schief. So ein Defi kann alleine sprechen. Man macht den Deckel auf und er redet mit einem. Das geht alles. So, der erste tierische Therapeut in der Sendung. Norbert, willst du dich nicht auf den Praxisstuhl setzen da hinten? Auf den da? Auf den. Meinst du, da brauche ich dann falle ich nicht so tief, wenn ich in Ohmacht fahre? Naja, ich sehe da auf jeden Fall mehr. Ach, du siehst da mehr. So. Ich setze ihn jetzt quasi in eine freie Wildbahn. Gib mir eine Sekunde. Ich muss erst, ich muss noch mal kurz durchatmen. Eine Sekunde, zwei Sekunde. 134 Sekunden, 135 Sekunden. Ey, musst du kurz durchatmen. Alles gut. Alles gut. Bin wieder da. Bin kurz ohnmächtig geworden. Kein Ding. Soll ich denn Defi mal eben tun? Nee, alles gut. Kannst du mal eben den Egel halten? Ich hol da mal den. Robert, aufs Knie. Ja, ich dachte aufs Knie. Wir haben noch nie so erotische Knie gesehen, Leute. Drei, zwei, eins. Ich habe also künstliche Knie und die taten natürlich immer nach der OP sehr weh. Und so auf schmerzende Stellen und eben setzt man die drauf oder auch auf entzündete. Also wenn der beißt und da reingeht. Ich setze ihn jetzt in eine freie Wildbahn aus. Moment. Der ist schon dran. Der ist schon dran. Tut das weh? Jetzt tut das so weh, als wenn ein Wurm über mein Knie kriegt. Okay. So wie das aussieht, hat er sich noch nicht ganz entschlossen. Er ist noch beim Orientierungsmarsch. Okay. Wir versuchen dann nochmal ein zweites Mal. Zweiter Versuch? Vielleicht hat er ja auch keinen Hunger. Denn wie gesagt, ein Blutegel frisst nur im Durchschnitt einmal im Jahr. Ja, wir haben ja noch ein paar Stuntmänner. Wenn der eine nicht geht, dann können wir ja mal mit dem anderen probieren. Der ist das zweite Mal runtergewandt. Schwächschling. Ich würde sagen, der ist raus. Nächster Therapeut. Genau. Alles für die Wissenschaft, Leute. Also, kann es sich nur um Stunden handeln. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, wie die Blutegel sich weiter verhalten. Wir haben jetzt fünf neue Therapeuten im Spiel, die alle irgendwie nicht so wollen, wie wir es wollen. Die haben ganz null Bock. Die haben richtig null Bock. Also, ich würde sagen, das ist zweite Wahl-Therapie-Würmer. Das sind die günstigen gewesen. Aber Norbert, haben Blutegel denn Augen, womit sie sehen, wo ihre Beute sich befindet? Oder riechen die unter Wasser? Ja, riechen nicht. Eigentlich reagieren die. Die sind also gerne in ganz langsam fließenden oder stehenden Gewässern. Okay. Und wenn es da auf einmal drin platscht, also Wasserbewegungen entstehen. Okay. Das ist also so der Impuls. Dann schwimmen die einfach ganz wild los und versuchen dahin zu schwimmen, wo diese Wasserbewegungen sind. Und hoffen dann, da einen Wirt zu finden. Die kommen ja in allen Seen, Flüssen, Meeren vor, korrekt? Ja. Also, im Süßwasser, im Brackwasser und im Salzwasser zu finden. Ja, genau. Und dann auch noch Unter- und Überwasser. Das sind die absoluten Endgegner. Ja. Der Apokalypse. Ja. Und der Blutegel, jemand, der meint, dass ein Blutegel ja nur unter Wasser lebt, der ist also auch ganz schief gewickelt. Wie atmet der? Denn zur Eiablage, ja, durch die Haut atmet der. Und zur Eiablage geht also der Blutegel an Land und legt seine bis zu 30 Eier am Ufer ab. Okay. Norbert, wie groß können denn Blutegel eigentlich werden? Ja, wir nehmen uns jetzt mal eine Stunde Zeit, dann sehen wir das. Aber ich habe also schon so Würmer gesehen, so dick, Egel, so dick wie mein Finger. Also zwei sind auf Geschmack gekommen, so wie das aussieht. Was? Du sagst das denn nicht. Stundenlang warten wir hier. Ich merke da so wie so eine kleine Bohrmaschine, wie so ein Fräskopf. Norbert, was merkst du denn jetzt gerade? Welcher fängt denn an? Der hier? Also hier er und der an der Seite. Da merke ich also jetzt einen kleinen Schmerz, aber übersichtlich. Okay. Übersichtlich. Also jetzt nicht für Aua schreien oder sowas hilft das noch nicht. Wenn sich jetzt so ein Blutegel jetzt gleich voller Blut saugt, wie groß wird der dann? Zehn Milliliter in so einem kleinen Wurm? Ja, dann ist das nicht mehr so ein kleiner Wurm, dann ist der schon so mindestens wie so ein kleiner Fingerdick. Tut's denn weh? Ja, weh ist ja ganz falsch. Das ist so ein ganz leichtes Kneifen. Also hier bei dem hier habe ich das Gefühl, der wird schon dicker. Okay. Der hat schon eine Quelle scheinbar gefunden. Norbert, ich kann mir vorstellen, warum das jetzt gerade nicht funktioniert hat. Ich habe jetzt gerade mal im Internet nachgelesen und da steht, je nach Ort und Indikation werden zwei bis zwölf Blutegel angesetzt. Dafür werden diese in Laborröhrchen gegeben und anschließend mit dem Kopf direkt auf die gewünschten Stellen gesetzt. Dabei saugt ein Egel etwa zehn Milliliter Blut. Ja, das heißt also in so ein Laborröhrchen, in so ein Reagenzröhrchen. Haben wir auch nicht. Haben wir. Also ich bin ja der Meinung, die sind schon wesentlich größer. Der wird ja jetzt schon hier voll langsam wie so eine Blutwurst, im wahrsten Sinne des Wortes. Der hier vorne. Absolut. Alle beide. Also ich würde sagen, doppelte Breite haben wir schon erreicht. Ja. Hier, du könntest die mal zurück in Wasser setzen, denn wenn die ja keinen Appetit haben, ist das ja kein Problem. Wie ich das genau mache, weiß ich jetzt noch nicht, aber kriegst du hin. Das ist ganz einfach. Die sind im Handschuh. Okay, ich versuch's mal. Hier kannst du mal da reinlegen oder rausmachen. Oh mein Gott. Okay, dann dreh ich die jetzt mal um. Aber die kommen niemals raus. Ja, dann leg ich den einfach drauf. Die krauchen ja den ganzen Tag. Die werden schon gleich den Ausgang finden. Aber nicht, wenn ich die so hinlege. Die den ganzen Handschuh aufs Wasser werfen. Alles gut. So? Genau. Ja, genau. Und wenn die ja so weiterkrauchen, kommen die ja gleich zur Öffnung. Und wenn die eben keinen Appetit mehr haben, dann versuchen wir das nochmal in drei Monate. Norbert, du hattest tatsächlich recht. Alle raus. Doch nicht. Scheiße. Da sitzt noch einer. Aber sie sind tatsächlich aus dem Handschuh rausgekommen. Du hast... Du kannst ja mal auf mich hören. Das hilft ja schon mal. Aber hier die beiden Kameraden sind also jetzt schon zusammen so dick wie die anderen Zehen, die keinen Appetit hatten. Absolut. Aber Norbert, was hältst du davon, wenn ich eine Blutegelfarm aufmache, wenn sie doch so gut zu medizinischen Zwecken genutzt werden? Oder meinst du, da gibt es schon ein paar Farben, die das ganz im großen Stil, die Millionen Blutegel züchten? Das gibt es schon. Das ist also alles kein Thema. Ach, schade. Ich würde sagen, wir machen hier Schicht. Ich glaube, ich kann jetzt abhauen, weil du kannst gar nicht abhauen, weil du musst hier sitzenbleiben. Ja, aber wenn ich jetzt weggehe, das wäre nicht so tragisch. Die hängen so fest, die haben sich so reingefräst. Okay. Die würden da hängen bleiben und würden sich trotzdem einfach weiter vollsaugen, bis sie ganz voll sind und dann fallen sie ab. Norbert, der Kollege ist abgefallen. Ja, der eine ist gegangen, obwohl ... So sieht das aus. Der war ja noch gar nicht fertig, ist ja noch nie leer, läuft ja immer noch was raus. Ja gut, aber das sieht schon echt fies aus. Ja, aber jetzt läuft das Blut ja sehr dünn, wenn man das so sieht, ist also nicht ein dickes Blut, das läuft noch eine Zeit nach, weil dann Blutverdünnungsmittel in die Wunde gespritzt hat, der Egel, und weil das also dann da drin ist, läuft jetzt ganz dünn, das kann noch eine Stunde bluten, bis das aufhört. Oh Gott. Aber du verblutest uns hier jetzt hoffentlich nicht? Nein, das glaube ich, der Tank ist noch voll. So einen Flüssigkeitsausgleich habe ich also Wasser getrunken. Und wenn wir den jetzt gefüttert haben und der vor Schwäche abfällt, weil er nicht mehr trinken kann, brauchen wir den ein Jahr nicht füttern. Mich fragen immer Leute, was ist denn die einfachste Tierhaltung? Hier. Einfach, preiswert, langlebig. Ein bisschen auf den Knie setzen und fertig. Genau. Man kann auch den Bauch setzen. Auf den Stirn sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber müsste auch gehen. So Norbert, ich habe dich jetzt verbunden, verpflastert. Verpflastert. Alles aus dieser Erste-Hilfe-Kiste. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist denn los? Es ist so weit, dass ich das noch erleben darf. Ich muss dich hier verarzten. Koffer auf. Hilfe! Hilfe! Wer sieht, dass ich ein Erste-Hilfe-Profi bin. Ja, so siehst du aus. Was brauchen wir denn jetzt? Pflaster. Der Blutegel ist auch wieder zurück im Aquarium. Im Wasser? Da hat er noch ein bisschen Blut verloren. Der war undicht. Jetzt ist mein Blut, mein wertvolles Blut da in dem Aquarium drin. Kann ich den jetzt wiederverwenden? Also den Blutegel? Ich dachte, der Pflaster ist schlecht. Theoretisch kann man den wiederverwenden. Der frisst ja mal. Aber aus Hygienegründen natürlich nicht. So Leute, das war's schon wieder zum Thema Blutegel für heute. Falls ihr noch weitere Fragen habt, wie immer in die Kommentare stellen. Dieser Mann wird sie versuchen, alles zu beantworten. Der nämlich hier gerade eh nicht wegkommt. Ich? Genau, du. Und Kanal abonnieren nicht vergessen. Die Glocke direkt mitmachen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Instagram abonnieren. Und falls ihr noch weitere Tiervorschläge habt, hier zu meinem Instagram-Kanal, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Also, Maritude. Bis denn. Tschüss.